Ich denke, die nächsten Punkte werde ich nicht in Magie investieren, sondern in Alchemie. Schade, dass ich den Reisestein noch nicht habe, weil es lohnt sich nicht, von hier zu ohne zu reisen. Äh, wir machen so den Weg zur Stadt. Kennt ihr schon zu Genüge? Ich drücke kurz auf die Pause-Taste, bis dann. Halt, nein, ich wollte ja noch in die Höhle reinschauen. Äh, dann lohnt sich das gar nicht. Die ist ja gleich da drüben. Und ob ich davon dann Geschicklichkeit lerne oder Alchemie, das... Äh, ich muss mal gucken, was Konstantino für Alchemie lehrt. Vielleicht komme ich auf diese Weise am ehesten, weil ich brauche ja noch mehr von diesen Trenken später für weitere. Nehme ich mal an, und so könnt ihr sein. Manaliziere, genau. Nach Manalizieren suche ich. So, und da war noch eine verschlossene Tür. Ich glaube, die da war das. Hallo? Okay, die nicht. So, weil die, ich weiß, sind wir zwei drüben. Links, 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 rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links, 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 links Ich habe wenigstens keinen Verlust dabei gemacht. Gut, und dann kann ich euch eigentlich die paar Meter zur Stadt Anoranto. Ich werde jetzt mit Margo fertig. Ich kann euch mal überlegen, ob das eine gute Idee ist. Ich könnte es mal versuchen. Teile habe ich genug. Wir haben doch noch die Quest mit dem Krachmacher da, dem Trommler, der gerne die Instrumente seiner Kompels hätte. Ich glaube, da werfe ich gerade meinen Blick runter. Das müsste jetzt lösbar sein. Wenn es mir irgendwie gelingt, da rauf zu kommen, dann kann ich den von da oben aus erledigen. Und in der Hoffnung, dass der nicht klettern kann. Und so, ne? Nein. Jetzt komme ich selber nicht darauf, ne? Vielleicht von da vorne aus. Also den einen waag muss ich von hier aus machen. Äh... Ich würde gerne da rauf. Irgendwie, wenn es recht ist. Wieso packe ich da jetzt fest? Ach, da geht es. Das sieht schon besser aus. Gut. Dann... Nein. Ja, das gefällt mir. Ich speichere trotzdem... Kann sein, dass ich da gleich mehr ziehe als einen. Ah, jetzt habe ich mich mal getroffen vor. Geduld, Geduld, keine Parlinie. Immer festhalten auf der Tastatur. So, mit Steuerung und Schiff. Ich treffte... Ah, jetzt habe ich mich mal wieder getroffen. Okay. Ich habe nur 300 Pfeile. Es ist ein bisschen lästig. Ah, endlich mal wieder. Aber nur so geht es, junger war, wenn ich den Jungen warte, vielleicht kriege ich den One-Hit. Die Geduld des Jägers. Und den anderen müsste ich dann eigentlich vollen. Der Flettum ist verrecken. Vielleicht geht es da besser. Kann sein, dass da irgendwas dazwischen ist. Ah, den habe ich. Aber der reagiert nicht. Okay, selber schuld. Mir wäre es lieber, der Kämel-Kämel-Kämel-Kämel-Kämel daher. Kommst du jetzt endlich mal, Pfeilpilz? Der denkt gar nicht dran. Wahrscheinlich ist er gerade irgendwie an so einer Grenze, wo die Spielberechnung, was weiß ich, mich nicht als Bedrohung erkennt oder so. Ich weiß es nicht, irgend sowas in der Art. Vielleicht versuche ich es mal. So hoch hat es gar nicht ausgeschaut. So was Blödes aber auch. Den einen habe ich aber nach. Ich wollte da langsam runtergleiten und nicht runterspringen. Okay, ich hilft nichts. Ich muss die umständliche Wegführung nehmen. Geht es da auch so steil runter? Es ist sowas. Na ja, klarer Fall von selber Schulter darf ich nicht schimpfen. Da darf ich mich nur über mich selber ärgern. Jetzt schau ich mal, ob die da überhaupt raufklettern würden. Oder ob ich die von hier aus in Ruhe erschießen kann. Wir werden sehen, ob das schief geht oder nicht. Aber die Trefferquote müsste höher sein. Es ist ein zwei junge Varga. Da habe ich jetzt keine Lust ewig zu warten. Ich halte ein bisschen nach. Den looten wir leer. Dann speichern wir halt noch mal. Kostet ja nichts. Den fällt noch mal. Ich will mal schauen, wie ich will. Vielleicht sind die ja One-Hit. Ne, sind sie nicht. Das ist ein paar Mal. ich habe es schon, ich habe es nicht. Kost. Den hätten wir schon mal erledigt. Ich dachte, da ist irgendwas dazwischen. Wir wollten schon grad die Position mixeln. Sehr schön. So, so langsam wird ein Schmutz raus. Feldräuber, Feldräuber. Das sieht nach dem Instrument aus. Drumschalt, Spielmann. Vielleicht hab ich ja Glück und einer von denen hat einen von den gezuchten Tränzen. Noch ein junger war. So, und jetzt muss ich mal gucken, ob ich auf den Baum darauf klettern kann. Von dem was hat das früher mal wunderbar geklappt. Äh... Das war's der Maletten, oder? Ne, da hab ich einen anderen Baum in Erinnerung. Das war ein anderer Baum. Das war ein anderer Baum. Es gibt keine Regeln. Dann im Schleichmodus. Hier speichern. So, gut... Es ist nicht echt da. Ich muss nur auf meine Füße schauen, weil das Spiel hat die Eigenschaft, rund, äh, langsam wegzumachen. Genau das meine ich. Das ist ein bisschen lästig.